Am 29. August 1997 endeten drei Milliarden Leben. Die Überlebenden des nuklearen Feuers nannten den Krieg den Tag des jüngsten Gerichts. Sie überlebten nur, um sich einem neuen Albtraum gegenüberzusehen. Dem Krieg gegen die Maschinen. Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. Diese Aufnahmen wurden 1984 mit einer Videoüberwachungskamera in der West Highland Police Station gemacht. Miss Connor, uns ist klar, dass Sie wissen, wer dieser Typ ist. Runter, Junge! Pass das nicht falsch auf. Aber du bist dein Terminator, stimmt? Ja. Sabadain-System. Modell 101. Wer hat dich geschickt? Du warst es. 35 Jahre in der Zukunft hast du mich reprogrammiert, damit ich in dieser Zeit dein Beschützer wäre. Wir haben Gesellschaft. Polizei. Polizei. Wie viele? Alle, für mich hier. Hasta la vista, Baby. Untertitelung des ZDF für funk, 2017